Ich stehe wieder in dieser Ausgangsposition, wie wir es eben schon gemacht haben, sich so weit wieder aufgesetzt. Genau, auf diesem ersten Teil nehmen wir unseren rechten Arm nach oben und folgen mit unserem Dicht. Dann haben wir den linken Arm nach oben und folgen mit unserem Dicht. Jetzt kommen Nachstellstücke. Nach rechts, nach links, nochmal nach rechts und wieder nach links. Unser Arm, jetzt kommt ein Brillewee, das heißt wir gehen auf die halbe Spitze nach oben. Springen nach oben. Dabei nehmen wir unseren Arm und den Kopf hoch. Der Mann, weil das bei Männern nicht immer gut ist, der darf es nur in der Position überlegen. Wir haben uns einfach so ein bisschen so gemacht. Das ist ein bisschen männlicher. Das heißt, den Frauen nehmen so und machen mit einem Bein, das ist die Klappe. Wir sehen, wie mit den Füßen tippeln.